Willkommen zurück zu The Walking Dead mit einem nicht funktionierenden Mikrofon, weil es nicht an war. Gut, im letzten Part haben wir mit Kenny im Schlepptau noch einen Drugstore etwas ausgeräumt mit dem Rest, der da noch war. Sind dann wieder zurück und wie immer haben Lilly und Kenny sich ganz schön gestritten. Logisch, ne? Kenny hat ja auch ihren Vater umgebracht. Gut, man könnte meinen, er war schon tot, aber ich bin der Meinung, man hätte es noch versuchen sollen, ihn zu retten. Aber gut, Carly wollte mit uns reden, also werden wir mal hochgehen und schauen, was sie möchte. Unsere Gruppe ist klein. Du bist klein. Du bist ein Verkundeten. Carly, Jesus! Und ich denke, dass die Leute wissen müssen, nicht weil sie es verdient, und nicht weil du ein schlechtes Mann bist. Ich denke, das Gegenteil von diesen beiden. Menschen müssen wissen, weil wir hier stehen, und ich kann nicht sehen, dass Lilly über dich sprechen, ohne dass es die nächste Sache ist, dass sie sagen können. Du musst nicht sagen, dass es die nächste Sache ist, dass sie sagen können. Du musst nicht sagen, dass sie alle sagen können, aber denkst, wer du glaubst, und nehmen die Möglichkeit, während du es hast. Du bist wahrscheinlich richtig. Natürlich bin ich wahrscheinlich richtig. Die Leute werden schraubt, und sie sagen, dass sie ein paar Probleme haben, aber es wird ein weitermachen von dem, was passieren wird, wenn sie es nicht von dir hören können. Ja. Also, du machst das dann? Ich werde die Leute wissen. Du bist völlig richtig. Gut. Ich denke, es ist für die besten. Nein, ich bin klein. Jetzt, ist es noch etwas anderes, du willst zu sprechen? Du glaubst wirklich, dass die Leute bereit sind, um mich zu hören? Es ist nicht ein Problem, ob bereit oder nicht. Es wird niemals ein guter Moment sein, aber es werden viele Schmerzen sein. Right now, es scheint nicht zu sein, aber jeder ist anders. Wer weiß, wie jede Person es umgehen würde, du weißt? Vielleicht ist es wert, zu denken, ob jemand du sagst. Du fühlst dich hier sicher? Show mir ein Wasser mit einem Heated-Floor und einem High-Rise Apartment, und hand mir ein voll-bodied Malbec, und dann fühlst du dich sicher. Ich weiß nicht, dieses Ort ist gut, aber wir alle wissen, dass das mögliche, bei einem Moment. Du, äh, hast du irgendwelche Gedanken über Lilly? Ja, Carly steht offensichtlich auf Lee. Na gut. Du solltest nicht da hochgehen, du solltest zu Lilly gehen. Hey, Car. Hey, Car. Du solltest nicht zu ihr, du solltest in Richtung Lilly gehen. Mal sehen, wie es ihr geht. Ich bin sorry. Du musst nicht entspringen. Ich weiß. Du bist hier gekommen, um mir zu verdienen, oder um mich zu verdienen? Du musst dich entspringen. Ich weiß. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich fühle mich wie eine verrückte Person. Kann ich etwas für dich tun? Ja. Ich brauche Hilfe. Es gibt ein Traitor. Einige, ein von uns, aus dem, er oder sie oder sie hat sich genommen. Einige Dinge. Für real? Oh, was hast du? Ja, für real. Und ich habe nichts. Ich weiß. Lilly. Es sind oft, und es ist die gute Sachen. Antibiotik, Oxy. Fuck, alles mit Opium in es. Ich sehe, das sind. Und es ist gut. Ich behalte meine eigene. Das ist, dass ich mich verletzt habe. Ich bin ein verletzt, aber ich bin nicht dumm. Ich weiß, was passiert, wenn ich eine Witch Hunt. Also, du willst mich zu starten? Ich will, dass du dich aufhörst. Was ist da, was zu gehen? Ich habe das, das in die Brüge verletzt. Wir haben nicht verletzt, wir verletzten. Du würdest nur versuchen, zu rauszuhren, wenn du es benutzt, wenn du es nicht brauchst. Okay, ich werde ein bisschen aufhörst. Danke. A mystery. Jesus, Doc. Ich bin sorry. Ich habe dich gesprochen. Du musst nicht alles verstehen. Kann ich helfen? Was habe ich gerade gesagt? Du bist der Grace Detective, und ich bin Dick Grayson. Du bist der Ward. Das ist Robin. Ich weiß, wer es ist. Du kannst dich helfen. Und wenn du jemanden erzählst, es wird ein Problem sein. Secrecy. Du hörst du was ich gerade gesagt? Ich werde nicht sagen. Du kannst dich nicht helfen. Du kannst dich helfen. Ich werde in den Schatten. Der Bengel ist so dermaßen blöd. Ducke ist einfach dämlich. Der akzeptiert kein Nein. Der will hören nur das, was er hören will. Genau wie sein Vater. Und sorry, dass ich eben aus der Konversation raus bin mit Lil, ich bin aus Versehen auf den Escape-Button gekommen. Sorry! So, ähm, wie war das noch gleich? Wo muss man damit hin? Hey, Ben. Wie geht's dir? Hey, Ben. Was ist denn, Lee? Warst du niemals hier in Macon gekommen? Ich hatte nicht viel Grund dafür. Meine Eltern lassen mir das Auto in die Stadt auf den Wochenende. Aber was ist in Macon? Es ist ein Waste von Zeit im Vergleich zu Atlanta. Ich bin in Macon geworden. Oh, ich wollte nicht sagen, dass es kräftig ist oder was. Es ist super schön. Ich meine, nicht jetzt, aber ich glaube es war. Es ist... Ein Flaschlight wurde verletzt. Was war es dir? Nein. Du bist nicht in Schwung, wenn es war. Ich weiß, dass du nervös bist und vielleicht bist du zu gehen und zu den Kühlschrank. Ich habe es verletzt und es verletzt. Was ist mit dem 3. Degree? Ich habe keine Flaschlight verletzt. Okay, dann. Hm. Du reagierst aber ein bisschen angepisst, deswegen. Was denkst du über Lily? Das mit dem Sagen mache ich mal noch nicht. Das überlege ich mir noch, wie ich mich das erzähle. Also, ich denke, Clementine solltest du auf jeden Fall wissen. Carly weiß es ja, Lily weiß es. Glasscherben. Hey. Hm. Ein Kreuz. Ein Kreuz. Oh, ein Idiot. Ein Kreuz. Vielleicht. Was denkst du, dass es ist? Ich dachte, dass ich dir, dass du nicht helfen kannst. Ich bin gespannt. Du sagst nicht. Vielleicht ist es ein Kreuz. Es ist vielleicht. Es ist ein Pink Chalk, das ist... ...underschön. Okay, zurück zu investigieren. Für den Bengel habe ich einfach keine Worte. Unfassbar blöd. Gut, äh, Clementine hat hier einen Haufen Kreide, ne? Sieht man ja hier, hat sie ja schön gemalt. Statt, dass er da einfach rüber geht. Ne, muss ich da auch so rumlaufen. Na gut. Gehen wir zu Clementine. Können wir ihr auch gleich mal sagen, wie es mit uns aussieht? Hey, Clementine. Hey, Lee. Was ist das, was du arbeitest, Clem? Es nennt sich die Leifrubbing. Meine Lehrerin, Frau Moore, gezeigt uns, wie wir es tun haben, wenn wir in den Botanischen Garten gehen. See? Es ist das gleiche. Um, irgendwie. Oh, das ist wirklich etwas. Ich mache einen für dich, auch. Du magst es hier? Ich mag es hier nicht. Du willst, wie wir gehen? Wo sind wir gehen? Somewhere else. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich wo weiß. Ja, das wäre ein guter Ding zu wissen. Du, äh, hast du einen Pink Chalk? Nein, es ist irgendwoher weggegangen. Hm. Du willst Blu? Nein, nein, es ist okay. Psst, Lee. Psst, Lee. Ich habe etwas. Was ist es? Ich habe ein Stück von Pink Chalk und ein Schuss von der Garten. Really? Total. Ich war mit dem Schuss und... Ja, Duck, ich habe es. Gut, gut. Gut. Noch mehr? Clem, ich muss dich mit dir reden. Okie dokie. Ich bin ein Auto. Ich bin ein Auto. Ich habe mich in ein Auto. Ich habe mich in ein Auto. Ich war auf mich zu jäuern für ein Auto. Ich muss euch jetzt sagen, weil ich nicht mehr so hören kann. Ok. Hast du nichts zu sagen? Ich glaube nicht so. Du kannst zurückgehen. Jetzt stellt sich jetzt die Frage, wem ich es noch erzählen soll. Ich meine, Cardiweiss, Lillieweiss, Clementine, vielleicht Katja? Oh, da weiß es Kenny auch. Da kann ich es gar allen erzählen. Ich kann sie wegholen, das ist gut. Weil bei ihm, ich habe mich im Bock, es ihm zu sagen. Ganz ehrlich. Das ist genug. ich habe mich auf die Präsenz, drei Monate später. Du hast immer mich mit mir mit kinden Augen. Ich weiß, ob du das noch können, wenn du, wenn du, wirst du, wirst du, wirst du, wirst du? Du hast, viel. Aber es hat nichts zu tun, mit dem. Es war für den Verlust. Warum? Er und meine Frau... Das ist genug. Tell me, was passiert, wenn du in den Derry warst, in der Derry? Ich war mit Larry's CPR, mit Lilly. Kenny kam in, von aus woher, und putt ein stop zu it. Was hat er gemacht? Er hat er gemacht? Er hat er gemacht. Katja. Everything keeps changing. Ja, es ändert sich alles. Sie will's wissen, ich sag' ihr die Wahrheit. Ganz einfach. Und gut, ich sag's auch noch ihm. Hey, Ben, ich muss dir etwas erzählen. Surely? Es geht um meine watch. Ich versuche, ein guter Job. Du bist gut. Du bist gut. Ich war, auf meinem Weg zur Prise, bevor das. Oh, wirklich? Was, um, wirst du in für? Es ist nicht wichtig. Oh. Nur, wenn du etwas hörst, ist wahrscheinlich wahr. Und jetzt wirst du wissen. Danke für mich, Mann. Ich, uh, ich... Ben, relax. Okay. Das ist auch ein Trottel. Okay. Ben wird das nicht vergessen. Gut. Kenny muss nichts wissen und wir kümmern uns jetzt hier drum. Okay. Der ist immer nur beleidigt, weil ich ihm nicht die High Five gegeben habe, hm? Ja, pff. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht mitmachen. Hm. Oh, Moment. Da. Da ist ein Gitter. Öffnen wir mal. Hm. Sollen wir denn da? Wie sollst du das hier angucken, wie sollst du es nehmen? Ich glaube, ich weiß, warum die Banditen ruhig sind. Weil hier irgendjemand den Sachen gibt. Ich bin nicht mitmachen. Ich bin mitmachen. Ich bin mitmachen. Es hat ein paar Meden in es. Es war in der Grafik auf der Bühnen. Und es gibt ein Bühnen auf der anderen Seite. Gott. Ja. Ja. Okay. Wir lineen alle zusammen. Alle. Niemand wird uns tönt. Stehle von dieser Supply ist das gleiche wie es in deinem Raum in der Nacht und kümmern in deinem Kopf, während du schlägst. Du stirbst. Was ist die Unterschiede? Was ist die Unterschiede? Was ist Clementine, wenn wir nicht haben, was wir brauchen? Was ist das? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein. Töö. Nein. Oh, wow. Headshot. Lilly, der war gut. Ich hab ihn erwischt am Rücken. Jetzt wird's übel. Ja, das versuche ich. Das wird mir einfach. Ich treffe eh keinen. Jetzt muss ich mal auf die andere Seite, glaube ich. Geil. Du Arschloch, du blödes. So, herh hier. Los, los. Rein da los. Oh nein. Schnell jetzt. Screw her, halt die Schnauze, du Arsch. Lilly wird mitgenommen. Würdet ihr sterben? Oder kann ich nicht zielen? Lilly, komm, das ist vorbei. Zu viele. Kat, Jesus, bist du okay? Ich bin okay. Ich bin okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin sorry. Alles ist okay, Ben? Alles ist nicht okay. Wir müssen herausfinden, wie das passiert. Wir haben einfach alles verloren. Wir sind Glück als schade, um diese RV zu haben. Und niemand hat es sterben. Kat hat es geschlossen. Ich bin okay. Somebody in hier hat das gemacht. Settle auf da, da. Die Banditzen hatten unsere Nummer für Wochen. Das ist anders. Und jemand war mit ihnen. Wer es war, war sie mit unseren Meds. Sie haben nicht das letzte Package bekommen, also sie verabschieden. Calm down, back there. Das ist verrückt. Lilly hat eine Baghe von Supply hidden outside der Wall. Das ist wahr. Also, Carly, ist es etwas, was du sagen? Bitte, wir müssen es ausfüllen, dann. Back auf. Du bist in kein Position, um zu machen. Whoa, whoa, whoa. Du bist nur auf die Finger. Carly ist glaubwürdig. Sie ist nicht ein Traitor, Lilly. Danke, Lee. Sie kann seine eigenen Bezüge schützen, wenn es etwas passiert ist, das Sie beide verabschieden. Nicht so schrecklich. Wie, look, vielleicht sollten wir... ...vote oder so. Vote? Was? Just, look, Carly ist eine Stand-Up-Gal, und vielleicht war das alles nur ein... Lilly, stop schweig die Finger an alle. Wir wissen, dass etwas passiert ist, und wir können nach dem Boden kommen, wenn wir unsere Hände haben. Ich weiß, was wir gefunden haben. Ich weiß, Lilly, ich weiß. All right, well, wir können das jetzt, dann. Kenny, ist es sicher? Should be. Everybody out. Lilly. Out. Kenny, die R.V. hat some surface damage, aber da ist ein Walker, da ist ein Walker, da unten. Gott, verdammt. Alle, bleiben Ihre Augen auf. Sie wissen, was? Wir sollten nicht nur dich ausfüllen. Wir sollten hören, was jeder denkt. Ich denke, Sie sollten sich ausfüllen. Ich denke, Sie sollten sich ausfüllen. Ich werde das nicht nehmen. Sie können Ben aufhören, aber Sie können mich nicht aufhören. Ich bin wirklich sorry, Sie fühlen sich so. Ich beginne zu denken, dass es Sie beide sind. Nein! Ah, das Dumbfuck-Walker. You okay over there? Yeah, yeah. Son of a bitch. Ben, Sie haben keine andere Option. Leave ihn allein. Sie können mir sagen, es war Carly. Und dann alles wird richtig wie rain. Es gibt keine Art, es war Carly. Es war jemand anderes. Es könnte sogar sogar jemanden ausfüllen in unsere Kamm. Das ist schrecklich. Das ist das, was Sie denken? Ja. Okay, gut, dann. Kenny? Ich weiß nicht, fuck, einfach stop, würde ich? Well, your vote counts für you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Ha, the hell you will. I'll get more food, more medicine, anything. You're making it worse on yourself. I just don't want to be on my own. You should have thought of that. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence. Stop treating him like this. Shut up, Carly. I've heard enough out of you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben, you have until that Walker is dealt with to tell me it was her and not you. Stop this, you're torturing him. No. Ben, stop. This is about trust and I've never trusted you. Tell her, just do it, Ben. Wait, Jesus, who are you right now? Tell her what? She'll kick me out of the groove. We won't. We'll understand. Tell me, now. 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 I got it. Please. Let's just get back in the RV. That's not happening. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Now. What the fuck's You stupid bitch. Alter, nee. Du spinnst ja wohl. Kenny die ganze Zeit beschuldigen, den Vater gekillt zu haben. I swear. Please. Die bleibt hier. Die nehmen ich die mit super leis. Kennt es doch selbst einen Mörder. Aber sie weiß es. Jetzt erst recht nicht mehr. Er geht einfach rein, ey. Übrigens Kalium, das so leis wie dein Vater tut. Weil ich es nachvollziehen kann. Aber das tut mir leid, Lilly. Das geht nicht. gut. Ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt, um immer wieder Pause zu machen. Wir sind jetzt wieder beim nächsten Mal bei The Walking Dead. Nun ohne Carly und Lilly, was die Frauenquote um, naja, ziemlich viel senkt, muss man sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.